Gute Informationen liefert Wikrisana. Bist du schon noch Wikrisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format «Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens». Ich habe vor drei Wochen eine Sendung gemacht mit einem Professor für angewandte Informatik und wir haben darüber gesprochen, Materialismus, Spiritualität und Religionen, ein bisschen ins wissenschaftliche Weltbild hineingefügt. Und heute möchten wir hier einen Teil 2 anfügen und uns damit fragen, gibt es da eine Geisterskrankheit in der Gesellschaft in Bezug auf Materialismus? Und diese Frage werde ich ihm heute auch stellen und darüber diskutieren, aber nach dem Intro. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch wieder zeigen, Professor Dr. Eckhard Kruse ist da für Sie. Herzlich willkommen, liebe Eckhard. Ja, war eine schöne Reise, die erste Sendung. Ich bin gespannt, wohin es heute geht. Ja, dann denke ich, steigen wir da direkt ein. Der Titel mit der Geisteskrankheit ist ja ein bisschen negativ. Geisteskrankheit klingt gleich so nach irgendwie Irre, aber vielleicht gar nicht so abwegig, weil manches, was in der Welt ja heute passiert, ist ja in der Tat ziemlich irre. Und ja, ich starte vielleicht direkt mit dem Bildchen. Wir haben ja über diese verschiedenen Ebenen unseres 1 gesprochen, wo die Materie letztendlich ja ganz unten ist und ganz oben. Ja, ich zeige es vielleicht hier einfach nochmal. Um die geistige Welt, das war so ein bisschen auch Inhalt beim letzten Gespräch hier reinzugehen. Und wir haben schon gehört, die Naturwissenschaft oder generell heute, wie unsere Welt im Bildungssystem, in der Schule, in den Medien erklärt wird, sind wir sozusagen immer in diesem reduktionistischen Bild drin, dass letztendlich sich alles über Materie, Physik, Energie, also über physikalische Phänomene erklären lässt. Stichwort Physikalismus, Reduktionismus. Wie in der Medizin, oder? Wie in der Medizin, genau. Wo man auch dann letztendlich versucht, natürlich kausal runterzubrechen, welche Substanz heilt mich? Und das Bewusstsein, geistige Phänomene, außenvolles Placebo-Effekt ist ja fast ein Schimpfwort, anstatt sich drüber zu freuen, dass der Geist heilt. Man könnte es ja auch Geistheilung nennen, den Placebo-Effekt. Da wären wir ja genau hier oben. Und ich denke, da können wir ein bisschen reingehen. Und ja, mit vielleicht auch dem Bild, wo ich sagen würde, dieses materialistische Denken, das spiegelt sich ja in allen Facetten unserer heutigen Welt, unserer Gesellschaft. Wir haben zum einen die Wissenschaft, die sagt, die Welt besteht aus Materie, alles andere ist ein Phänomen, was sich darauf zurückführen lässt. Die Wirtschaft, Geld regiert die Welt, also materieller Besitz, in welcher Form auch immer. Da sind wir auch wieder bei der Materie. Und wenn wir an Staat, Gesellschaft, Politik denken, da ist ja typischerweise die Aussage, Wohlstand bedeutet im Wesentlichen irgendwie Materie. Wobei, lustigerweise gibt es ja jetzt irgendwie in Deutschland, wollen uns ja manche Politiker jetzt auch noch erklären, das Wohlstand, dass wir auch keinen Wohlstand brauchen. Das ist sozusagen, dass wir alle den Gürtel enger schneiden sollen, aber ohne jetzt zu sagen, worum es denn eigentlich geht. Meiner Meinung nach geht es um Geist, um Kultur. Das werden wir noch ein bisschen auseinanderdröseln. Auf jeden Fall, wir haben heute einfach ein System, wenn wir so in unserer Welt gucken, wo der Blick auf das Materielle ganz essentiell ist und wo sich das, was den Geist ausmacht, das Bewusstsein ausmacht, ja eine minimale Rolle spielt. Wenn man schaut, wann wird irgendwie über Bewusstsein gesprochen, wird immer nur über irgendwie ein Bruttosozialprodukt gesprochen. Aber es ist doch, ich meine, auch ein bisschen das Leben. Ich meine, wir inkarnieren, wir sind da, wir leben im Materialismus, es ist mein Spielzeug und, und, und. Und je älter wir werden, desto mehr sehen wir, wie unbedeutend eigentlich das Ganze ist und wie bedeutsam eigentlich ganz andere Sachen sind im Leben. Und am Schluss hast du eigentlich alles, was du brauchst, aber du brauchst nichts, weil du alles im Nichts hast, oder? Da bin ich ganz bei dir, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wirklich sich viele Menschen oder das, was wir so irgendwie, ja auch wieder über Gesellschaft, Bildungssystem vermittelt kriegen, ob da dieses Bild vorhanden ist. Also zu sagen, erst mal, ich will erst mal ganz in die Materie rein, das scheint schon, auch so aus meiner spirituellen Perspektive irgendwie, wenn wir hier irgendwie inkarnieren, Fleisch werden scheint schon sowas sein. Mir geht es auch darum, richtig sozusagen hier in diesem Körper, also nicht alles wegtranszendieren, oder irgendwie so spiritual bypassing-mäßig sagen, das ist alles nur Illusion, sondern, glaube ich, gut, sich gesund zu ernähren, seinen Körper zu pflegen, also sich um die Materie in dem Sinne zu sorgen. Und auch, ich würde jetzt auch nicht sagen, wir sollen alle Asketen werden oder so, sondern das Leben zu genießen mit den materiellen Vorzügen, da bin ich ganz bei dir. Nur das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dass diese andere Seite, manchen mag sie im Alter, dann irgendwie gewahr werden oder im Laufe eines irgendwie gearteten Reifungsprozesses. Aber das ist ja nichts, was uns so in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, irgendwie jetzt besonders wichtig dargestellt wird. So dieses Thema, wie entwickle ich meinen Geist oder mein Bewusstsein oder wie werde ich ein liebevollerer Mensch? Das wäre ja eigentlich ein Thema, wenn die materielle Basis, wenn wir erst mal hier da sind, wie es dann irgendwie weitergeht. Also diese Rückverbindung auch an das Geistige dann zu machen. Was ja eigentlich die Aufgabe gewesen wäre, eigentlich der Religionen, wenn es nicht politisch genutzt wurde. Genau, die Rückverbindung. Wir sind jetzt hier irgendwie auf die Erde gelandet, aus welchen Gründen auch immer. Da mag man verschiedene Vorstellungen haben, aber es ist schon gut, sich zu erinnern, dass es da auch irgendwo eine Anbindung an was gibt. Und diese Anbindung, die müssen wir irgendwie entdecken. Und da sind ja die spirituellen Menschen unterwegs. Und da macht uns, sage ich mal, zum Beispiel in der Schule oder an den Hochschulen, gibt es da keine Angebote. Also die dann sagen, hier, guck mal, wie du deine geistige Entwicklung gestaltest oder so. Das ist da kein Thema. Insofern, denke ich, kann man schon sagen, dass wir sehr an diesem System gefangen sind. Und ich blätter mal ein bisschen vor, weil ich habe ein paar Folien, die ich im letzten Vortrag nicht gezeigt habe, die das aber, glaube ich, ganz gut zeigen, warum wir da auch ein Stück weit gelandet sind. Nämlich unsere Naturwissenschaft hat eben einen Ansatz, der für Materie hervorragend funktioniert. Das ist nämlich der Ansatz des Messens und Objektivierens. Die Naturwissenschaft hat ja gerade das Programm, und das hat sie weit gebracht, uns von subjektiven Phänomenen zu trennen. Ich habe ein Messgerät, damit ist es nicht mehr irgendwie nach, die Temperatur, oh, ganz schön warm hier, nee, 23 Grad, fertig. Und ich habe es da hier damit ein Stück weit von der Welt. Und das ist ein Mechanismus, der funktioniert sehr gut für tote Materie. Weil da habe ich die Reproduzierbarkeit, da habe ich die Messbarkeit, da ist es egal, welcher Wissenschaftler das Messgerät oder das Thermometer in die Hand nimmt, da klappt das super. Was wir vergessen ist, das ist nur ein Teil der Phänomene in unserer Welt. Und dieser spirituelle, ja, ESO, wie ich ihn immer nenne, der hat natürlich einen ganz anderen Zugang zur Welt. Da geht es um die Erfahrung, Selbsterfahrung, Stichwort. Ich will nicht irgendwie was messen, sondern ich will die Welt selber erleben. Und ich nehme immer ganz gern das Beispiel der Liebe. Die Liebe ist ja ein hochgradig subjektives Phänomen. Niemand würde sagen, dass es die nicht gibt, weil jeder kennt sie. Aber wenn der hier drauf gucken würde, dann würde er sagen, dann müssen wir erst mal eine placebo-kontrollierte Doppelblindstudie machen. Das heißt, wir nehmen zufällige Teilnehmer, randomisiert. Ja, 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 liebt euch jetzt mal. Liebt euch mal. Und wenn es dann doch noch klappt, dann müssen die nach zwei Jahren noch mal wiederkommen und sich noch mal neu lieben. Und spätestens da werden sie scheitern. Weil selbst bei Menschen, die man nachweislich geliebt hat, kann es ja sein, nicht umsonst gibt es Scheidungen, dass es nach zehn Jahren mit dem Lieben nicht mehr klappt. Also Reproduzierbarkeit, der Frischverliebbarkeit ist nicht gegeben. Das heißt, mal so ein bisschen spitzfindig gesagt, wenn Wissenschaftler das Phänomen der Liebe untersuchen würden, bin ich mir relativ sicher, dass die mit ihren Methoden sagen würden, es gibt keine Liebe. Das ist völlig irreal. Kann es gar nicht geben. Placebo. Naja, nicht mal. Das gibt es gar nicht. Die Tatsache, dass die das nicht wagen zu sagen... Psychosomatik. Psychosomatik. Die Tatsache, dass der es nicht wagen zu sagen ist, weil jeder kennt die Liebe. Es gibt aber andere Phänomene, mediale Phänomene, irgendwie physikalische Medialität, Extremphänomen, reden wir später noch drüber, die schwieriger greifbar sind und die nicht jeder kennt. Und da haben es die natürlich sehr leicht zu sagen, das gibt es nicht. Also jetzt ein Medium zum Beispiel, was irgendwie Botschaften empfängt, ist das völlig klar, natürlich gibt es das. Aber da nicht jeder anscheinend in der Lage ist, irgendwie, was weiß ich, zu channeln oder mediale Botschaften zu empfangen, kann man das viel leichter ausgrenzen als das Phänomen der Liebe. Aber wir sehen natürlich mit diesem Ansatz, der uns ja auch sehr weit gebracht hat, grenzen wir einen Teil der Welt aus und haben sozusagen diese wichtige Bewusstsein, so eine geistige Perspektive im Prinzip dann, ja sozusagen weggemessen. Also das ist so ein bisschen so der Hintergrund und ich fände es interessant, da nehme ich auch mal gerne dieses Bild, das ist nicht nur ein Wissenschaftsphänomen, sondern wie wird heute sozusagen die Welt vermittelt. Man kann mal mit dem Wort Flachbildfernseher, ja das ist ja sozusagen für viele Menschen ein wichtiges Fenster zur Welt. Also wie ist der Zugang zur Welt? Über den Flachbildfernseher. Das heißt, was haben wir da alles? Die Tiefe geht verloren flach. Und das Bild ist nicht mehr die Wirklichkeit, sondern nur ein Abbild. Oft genug ein verzerrtes Abbild, immer öfter ein verzerrtes Abbild. Das heißt, wir sind nicht mehr dran an dem, was wirklich ist, sondern an dem, was irgendwie irgendjemand für uns aufbereitet und dann sagt, so ist es. Das nahe Berührende geht natürlich beim Fernen verloren. Das Sehen ist ein Fernsinn. Nahsinn, Berührung oder auch so sensorische Dinge schmecken. Riechen sind natürlich Dinge, die auch typischerweise viel emotionaler und näher herangehen. Das wird uns auch sozusagen genommen bei diesem Gerät der Realitätsvermittlung. Naja, und Sehen ist halt eben, ja, kann auch ein Fühlen hervorrufen. Und um den Begriff noch ein bisschen mehr zu strapazieren, damit wir jetzt über den Flachbildfernseher trotzdem noch Wirklichkeit präsentiert kriegen, gibt es ja dann diese Formate des Reality-TVs, wo man uns dann die Wirklichkeit über dieses Gerät schickt. Und da die natürlich da nicht so, naja, nicht so berührend ist, wie jetzt irgendwie, was weiß ich, und sei es nur ein Streicheln über die Haut, braucht man hier natürlich wesentlich stärkere Reize und dann landen wir bei der Sensationslust, die ja eigentlich was Gutes ist, wenn ich das Wort Sensation, Sensation, das Gefühl, also die Freude am Gefühl ist ja was Gutes. Nur die Sensationslust ist natürlich dann die Gier nach möglichst vielen Gefühlen, die ich hierüber eigentlich gar nicht kriegen kann. Also das mal so als kleine, kleiner Denkanstoß zu dem, wie auch im Alltag dieses, naja, dieses Weg von der Wirklichkeit sich in unseren Bereichen, oder auch Internet kann man natürlich genauso nehmen. Auch da sind wir im Prinzip, hängen wir auch im Flachbildfernseher, also da sind wir auch ein gutes Stück wirklich von der Selbsterfahrung im besten Sinne des Wortes entfernt. Also da finde ich, spiegelt sich auch wieder was, diese Geisteskrankheit wieder, womit wir unser Bewusstsein, unseren Geist in der heutigen Welt typischerweise füttern. So, das war so ein kleiner... Und auch krank machen, ja, wenn man ja das Wort kreist, das Krankheit, mit einbeziehen, halt, dann machen wir uns da krank. Ja, weil wir einfach natürlich einen wesentlichen Aspekt unseres Seins weglassen und ihn vernähern müssen. Natürlich müssen wir unseren Körper nähern, aber wir müssen auch unseren Geist nähern. Und tatsächlich sehe ich es auch, diese Dinge sind ja auch sehr schnell getaktet, sehr interessant, wie so die Schnittfrequenzen schneller werden im Vergleich zu früheren Filmen, wo dann irgendwie minutenlang eine Einstellung war. Das zerhextet ja auch so unsere Gegenwart und bringt uns immer weiter vom Jetzt. Nur ich bin ein totaler Eckart Tolle-Fan, nicht nur wegen seiner schönen Vornamens. Es bringt uns immer weiter vom Jetzt natürlich auch weg. Ich merke das auch bei den Studenten. Das ist ein Extrembeispiel. Das ist schon fast gruselig. Ein Student stellt mir eine Frage und noch währenddessen ich die Frage beantworte, merke ich, wie sein Bewusstsein schon wieder wegdriftet und er die Antwort nicht mehr hört. Also solche Phänomene gibt es, weil wir da immer schneller getaktet sind, die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird. Und diese innere Unruhe, und das ist ja auch eine Geisteskrankheit, anscheinend auch immer größer wird. Also auch mal irgendwie, was weiß ich, essen, ohne aufs Handy zu gucken oder irgendwo zu sitzen. Früher saßen Leute an der Bushaltestelle und saßen da. Jetzt haben die immer irgendwas in der Hand. Das ist schon verrückt. Auch die Kinderfilme früher, Lassi, Dick und Doof, das ging alles langsam, oder? Und heute, tsch, 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 tsch. Und das hat ja was sozusagen Meditatives, also das in dem Augenblick auch in Ruhe verweilen. Und dieses Zack, Zack, Zack heißt ja auch immer, ich will von dem, was jetzt und hier ist, weg. Ich sitze an der Bushaltestelle, hier will ich nicht sein. Also muss ich ein Handy nehmen. Und das ist ja ein Gerät, was mich sozusagen woanders hinbeamt, bewusstseinsmäßig. Ich bin bei einem anderen Menschen, wenn ich mit dem vielleicht irgendwie gerade kommuniziere. Ich bin am anderen Ort und ich bin thematisch ganz woanders. Das heißt, es bringt uns immer von dem weg, wo wir eigentlich gerade sein könnten. Hängt natürlich auch mit diesen Geräten irgendwie zusammen. Das ist ja auch ein Gerät, was uns von hier und jetzt wegbringt. Aber diese ganze Beeinflussung von solchen Medien oder eben auch diese Sensationslust, das macht doch was mit uns. Wir werden doch viel mehr zu dem, was uns da vermittelt wird, oder? Ja, und das ist natürlich auch, gewissermaßen steht ja jedem frei zu sagen, ich mache da nicht mit. Aber es ist natürlich schwierig. Es ist, wenn man so will, wie so eine sehr abhängig machende Droge. Also das ist, und das ist ja auch psychologisch genau durchdacht. Wenn bei Facebook irgendwie, man kann immer weiter scrollen, da kommt noch eine Nachricht, noch eine Nachricht. Also das sind natürlich genau wieder, hier kriegst du noch was, kriegst du noch einen Happen, noch einen Happen. Das ist natürlich schon, ich würde sagen, auch kein Zufall, sondern da sitzen natürlich auch Leute, die genau wissen, wie sie uns da so... Genau. Die Kraui liefert uns genau das, was wir eh sehen wurden. Früher beim Fernsehen gab es so einen Abspann von Filmen, das gibt es ja nicht mehr. Weil dann wäre die Gefahr, dass ich den Abspann nicht mehr gucke und abschalte. Sondern stattdessen kommt gleich schon der Happen, der nächste Happen wird schon wieder eingeblendet. Das ist natürlich dieses, bloß nicht da den Konsumenten von der Leine lassen. Da muss man schon gucken. Genau. Okay. Gut. Das so als kurzer Einschub. Vielleicht, ja, das ist nur kurz. Ken Wilber, Philosoph, setzt sich da sehr intensiv mit auseinander, auch mit Théliard de Chardin und wen es da alles gibt. Also die auch sehr genau sich sozusagen so Bewusstseinsphänomene angeschaut haben. Und der sagt zum Beispiel auch ganz klar, naja, es gibt halt diese vier Quadranten. Es gibt sozusagen das Äußerliche, es gibt das Innerliche, es gibt das Individuelle, es gibt das Kollektive. Und das kann man auch alles schön auseinanderdröseln. Wir sind eben mehr immer in diesem Äußerlichen. Also bis hin auch, ich meine auch wieder Facebook, Instagram. Das ist ja mal so eine Veräußerlichung. Wie sehe ich bei den anderen aus? Ich stelle mein Bild da rein. Also ich stelle sozusagen mich selber auf diesen Fernseher. Also auch da wieder diese Abstraktion. Wie wäre ich sozusagen, was projiziere ich von mir für ein Bild in diesen medialen Raum rein? Und das ist ja oft genug auch ein Bild, was mit einem selber nicht mehr viel zu tun hat. Ja, welcher Schein. Auch da haben wir diese Abstraktion vom direkten Kontakt. Also das ist einfach eine Entwicklung, die ist da. Und da kann man natürlich jetzt viel sagen, oh, böses Internet und so weiter. Aber es geht einfach darum, das zu nutzen und vor allen Dingen erst mal zur Kenntnis zu nehmen. Was mache ich damit? Also auch da wieder Bewusstsein reinbringen. Wie nutze ich das? Und wo ist es vielleicht gut und hilfreich? Und wo sage ich, jetzt reicht es auch mal? Ich gucke mal, was haben wir noch im Angebot? Genau, das wäre noch so eine Stoßrichtung. Wenn wir jetzt diese materische Sichtweise oder wir haben es auch schon damit, was so Medizin und so weiter angeht, evidenzbasierte Medizin, Kausalität, das Maß der Dinge, das ist natürlich letztendlich ein mechanistisches Denken auch wieder. Und mechanistisches Denken, was ja selbst die heutige Physik oder die Physik seit 100, ja, rund 100 Jahren ja schon nicht mehr hat. Aber das steckt auch noch sehr in unseren Köpfen. Ich stelle das immer ganz gern so mit diesen Dominosteinen dar. Das ist ja so wirklich eine ganz klassische Sicht. Ich stupse da was an und dann gibt es da irgendwie was. Und wenn ich hier eine Korrelation feststelle, irgendwie Medizin, ich habe irgendwie einen schnupfen und einen rauen Hals, naja, dann ist klar, dass irgendwie, da gibt es eine gemeinsame Ursache. Das ist ja auch das, wo man in der Medizin immer schaut. Was ist die Ursache für die Symptome? Und dann versuche ich da anzusetzen. Sollte man, ja. Und das ist ja erst mal so, die Idee, da steckt natürlich das, was man so als mechanistisches Weltbild bezeichnet hinter, nämlich Kausalität, also Ursache, Wirkbeziehung, Lokalität. Also die Stein kann sozusagen maximal mit Lichtgeschwindigkeit irgendwie seine Wirkung ausbreiten. Hier sozusagen den Nachbarstein anstupsen und Determinismus. Also es ist alles, es gibt keine Zufälle, es ist alles fest vorgeschrieben. Das ist sowieso die klassische Weltsicht. und die steckt, wie gesagt, meiner Meinung nach, viele unserer Köpfen. Da kommt natürlich jetzt die beliebte Quantenmechanik, Quantenphysik ins Spiel, die ja auch von der Spiritualität nicht zuletzt ist, aber auch gerne aufgenommen wird, wo dann so Begriffe wie Synchronicität auftauchen. Wir haben also Dinge, die korreliert sind, wo es aber keine Kausalität gibt. Stichwort Quantenverschränkung. Ich mache hier eine Messung und damit instantan, also schneller als die Lichtgeschwindigkeit, das übermitteln könnte, habe ich bei dem anderen verschränkten Teilchen dann einen Spin, der zum Beispiel senkrecht dann darauf steht, wo sich sozusagen automatisch aufgrund dieser Verschränkung etwas, was ich hier messe, hier irgendwie in anderer Weise zeigt. Wobei man auch sagen muss, dass die Physik sagt, damit ist jetzt nicht irgendwie Informationsübertragung oder so erklärbar. Also da muss man auch wieder schauen, was die Physik dazu sagt. Sondern wir haben ein Verschränkungsphänomen, wo irgendwie nicht lokal ein Quantensystem, ja sozusagen gemeinsamen Zustandsraum hat. Und wenn ich hier eine Messung habe, dann ist es eben so, dass die Messung sich dort auswirkt, weil Messung wirkt sich sozusagen auf die Dekohärenz des Quantensystems aus. Kollaps der Wellenfunktion aus, so ein Stichwort. Aber was wir zumindest jetzt hier ein Spiel gebracht kriegen, auch je nach Deutung, nicht zwingend, wenn man jetzt klassische physikalische oder heutige physikalische Sicht nimmt. Also wir haben sowas wie Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeitsfunktionen, großes Thema in der Quantenphysik, dass ich irgendwie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung im Raum habe und durch die Messung erst kristallisiert sich was heraus. Das ist ja ein neuer Aspekt. Einsteins Gott würfelt nicht, ist als Stichwort da bekannt, weil er eben dieses nicht-deterministische nicht wahrhaben wollte. Und von ihm kommt auch der Spruch der spukhaften Fernwirkung. Also die Quantenverschränkung, hier mache ich was, da passiert was, war für ihn mit seiner klassischen Sicht auch nicht geheuer. Ja, das gibt es, das ist anerkannt in unserem Denken, aber eigentlich auch noch gar nicht so richtig drin. Ja, was das wirklich bedeutet, habe ich jetzt noch nichts darüber gehört. Ich meine, es muss ja irgendwie eine Verbindung sein. Vielleicht ist dieses dunkle Feld von A nach B gar nicht nichts. Naja, die Verbindung würde ich sagen, da sind wir, glaube ich, noch zu sehr im klassischen Denken. Also das ist ja interessant. Wir haben dieses Phänomen, nehmen wir tatsächlich die Quantenverschränkung. Also ich baue auf irgendwie geartete, ich nehme irgendwie einen halbdurchlässigen Spiegel, da trennen sich sozusagen Photonen, die einen wandern da lang, die anderen wandern da lang, stehen senkrecht von der Polarisation aufeinander, also sind sozusagen korreliert. Wenn der so steht, dann steht der andere so. Und jetzt kann ich mit der Messung den einen messen und damit kann bei der Messung auch entscheiden, wie ich genau messe und damit der andere steht genau senkrecht aufeinander. Die sind also in dem Sinne, und jetzt kommt's, was bedeutet das? Relativ klar ist, das ist keine Informationsübertragung, weil die müsste sozusagen instantan passieren, Informationsübertragung nach unserem Verständnis geht maximal mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich hier was messe, ist das auch instantan da. Und ja, dann geht's los. Wie deute ich das? Die Physiker sagen typischerweise, es gibt da eben diese verschiedenen Interpretationen, viele Weltentheorie, Kopenhagener Deutung und so weiter. Also, die aber im Wesentlichen Kopenhagener Deutung zum Beispiel sagt, naja, es gibt da drunter eigentlich nicht wirklich eine Realität. Wir messen halt was und wir haben Formeln, um das auszurechnen und dann ist irgendwie gut und wir wollen jetzt auch nicht mit groß Bewusstsein oder irgendwas da rein interpretieren. Da ist dann eher so der spirituelle Mensch schnell da, der sagt, ja, das Bewusstsein, das schafft Realität. Also da würde ich sagen, Vorsicht, es öffnet einen Raum für Bewusstsein, es öffnet einen Raum vor allen Dingen erstmal für Nicht-Determinismus, weil bevor etwas hier konkret wird, ist es irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten, auch Doppelspaltexperiment, also es ist sozusagen mit Wahrscheinlichkeiten belegt. Das heißt, irgendwie scheint da so was bei dem Kollaps der Wellenfunktion was raus zu materialisieren, was vorher nur in so einem Möglichkeitsraum ist. Das klingt dann natürlich schon wieder sehr schön spirituell. Wir haben einen Möglichkeitsraum und dann wird eine konkrete Wirklichkeit erschaffen und wenn wir jetzt noch das E-Tüpfelchen hätten, das Bewusstsein macht das, dann hätten wir auch Platz für freien Willen, dann wäre alles gut, sage ich mal, so aus unserer Sicht. Aber da würden zumindest die heutigen Physiker nicht sagen, jo, passt, sondern, jo, könnte sein, aber vielleicht ist es auch ganz anders, will ich gar nicht so genau wissen, bin ich nicht für zuständig, ich rechne hier ja meine Formeln durch und meine Eisenbergleichung und so weiter. Aber es öffnet zumindest eine Tür. Klar ist, das ist zu naiv, das stimmt einfach nicht. Wir haben nicht Lokalitäten und C.G. Jung hat es ja auch ganz wunderbar sich damit beschäftigt mit dem Begriff der Synchronicität geprägt. Wir haben also tatsächlich Dinge, hier passiert, was hier passiert, was die sind korreliert, die haben miteinander zu tun, sie lassen sich aber nicht über mechanistische Wirkungen erklären. Ich glaube, das ist auf jeden Fall Konsens. Aber das wissen wir jetzt doch seit 100 Jahren, oder? Ja, sagen wir mal so, seit 100 Jahren ist das im Gespräch natürlich auch so die Deutung und das Hin und Her, da ringt man ja auch bis heute. Auch heute ist sich die Physik, also die akademische Physik gar nicht einig. Also wir sind nicht weiter, oder? Naja, wir sind schon weiter, wenn es darum geht, Quantencomputer zum Beispiel zu bauen. Also wir können das anwenden. Wir können Systeme bauen, die diese Quantenverschränkungen eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten, um eben Quantencomputing zu machen. Da sind wir auf technischer Ebene durchaus weiter. Auf philosophischer Ebene haben wir immer noch viele Weltentheorie, Kopenhagen-Deutentum, versteckte Variablen, also die Idee, dass diese Wahrscheinlichkeiten nicht wirklich Wahrscheinlichkeiten sind, sondern irgendein verborgenes System da noch hinter steckt, was wir nun noch nicht erkannt haben, was dann doch völlig deterministisch ist. Also auch der Determinismus ist noch nicht ganz aus dem Weltbild raus. Auch jetzt die Entwicklung einer Wellenfunktion per se ist erstmal vollkommen deterministisch. Die Formeln sind, die ist nicht so, dass sich jetzt irgendwie ein Quantensystem zufällig entwickelt. Nur es entwickelt sich halt nicht mehr ein festes Teilchen von hier nach da, sondern ich habe letztendlich einen Zustandsraum oder Zustandsvektoren mit Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die kann ich aber ganz deterministisch berechnen, wie die sich, wenn wir jetzt beim Quantencomputing wären, wie die sich durch einen bestimmten Baustein verändern, wie sie sich transformieren. Das kann ich genau deterministisch berechnen. Der Zufall kommt erst dann ins Spiel, wenn ich aus der Quantenwelt in unsere klassische Welt will. Was bei der Messung passiert, da habe ich dann abhängig vom Zufall sozusagen das, was sich da materialisiert. Also da gibt es, zumindest wenn man jetzt erstmal aus physikalischer Sicht drauf schaut, schon noch eine Menge Fragen und da ist noch nichts sicher. Aber die Tür ist in meinen Augen klar offen für Bewusstsein und vor allen Dingen uns klar zu machen, nicht lokale Phänomene gibt es. Du hast vorne noch den Quantencomputer kurz erklärt, also erwähnt. Er erklärt sich allerdings nicht. Ich kann einfach nichts anfangen damit. Ich weiß nicht, was das ist. Das wäre fast eine separate Session. Gut, dann sage ich kurz was dazu. Vielleicht ganz kurz. Normaler Computer, Null oder Eins. Das haben die meisten gehört. Wir haben Bit, das hat eine Null oder eine Eins. und Bit hat immer einen definierten Zustand. Und damit rechne ich dann, da baue ich meine Zahlen raus, Binärsystem und so weiter und bis hin dann eben zu beliebigen Berechnungen. Vorlesung Digitaltechnik bei mir habe ich im Wintersemester. Da geht es los. Beim Phänomputer habe ich nicht eine Null oder eine Eins, sondern ich habe einen Zustandsraum, wo sich im Prinzip ein Nullvektor und ein Einsvektor mit zwei komplexen Faktoren überlagern. Also ich habe im Prinzip, man kann das ganz gut auf so einer Kugel darstellen. Genau, machen wir es vielleicht so. Stell dir vor, die Erdkugel, Nordpol ist die Null, Südpol ist die Eins. Das wäre einfach nur unser klassischer Computer. Der Quantencomputer kann alle Punkte auf der Erdoberfläche gleichzeitig sozusagen abdecken. Das heißt, ich habe alles zwischen Null und Eins potenziell als in einem Bit gespeichert. Und sozusagen alles kann parallel verarbeitet werden. Und wenn ich jetzt, das ist eben genau dieses Spannende beim Quantencomputing, dass ich potenziell bestimmte Rechnungen viel schneller machen kann als bisher. Deshalb sind auch die in der Kryptografie, also in der Verschlüsselung, sind die so ein bisschen am Zittern, wenn man so möchte. Weil unsere ganzen Verschlüsselungssysteme, alles Internet und so weiter baut darauf auf, dass bestimmte Berechnungen sehr lange dauern. So lange, dass ich die nicht realistisch durchführen kann. Weil ich irgendwie, was weiß ich, 4096 Bit Schlüssel und um da irgendwie sozusagen die Primfaktoren rauszurechnen, bräuchte ich so lange. Das kann keiner, deshalb ist das sicher. Das ist die Annahme. Ein Quantencomputer kann Nullen und Einsen gleichzeitig bearbeiten. Und damit kann ich bestimmte Probleme, die sehr komplex sind für klassisches Computing, möglicherweise von der Zeitkomplexität viel schneller bearbeiten. Weil ich sozusagen nicht nur die Null und Eins habe, sondern alle Möglichkeiten auf der Erdoberfläche dazwischen. Wenn ich also zwei Bits kombiniere, habe ich nicht irgendwie eine Null und eine Eins, die ich kombiniere und eine Eins und eine Null und zwei Einsen und zwei Nullen, sondern ich habe sozusagen bei, was noch komplexer ist, weil das dann auch noch überlagert wird, also zwei solche Erdkugel-Oberflächenpunkte, die dann auch noch in allen Kombinationen miteinander auftauchen können. Und da, wo ich sozusagen bei dem anderen dann nur vier Möglichkeiten hätte, wenn ich jetzt so die primitivste Bit-Operation mache, Unverknüpfung, Eins und Eins ergibt Eins, habe ich bei einer Quantenverknüpfung sozusagen einen riesigen Zustandsraum, der mit einem Schlag berechnet wird. Und damit kann ich eben dann potenziell bestimmte Probleme sehr, sehr schnell lösen und da ist man auch schon ein gutes Stück weit. Also das bleibt spannend. Also gigantischer Fortschritt, was da eigentlich vor uns, das ja vor der Türe steht. Ja, das Problem ist natürlich, und da ist man dann wieder auch in so, auch was gerade diese Verschränkung angeht, weil das baut eben auch Verschränkungsphänomenen auf, dass also Zustände gekoppelt sind. Das ist aber gar nicht so einfach, die Kohärenz zu halten. Also die, und deshalb ist das auch immer mit, wenn jetzt der spirituelle Mensch sagt, naja, wir haben da eine Quantenverschränkung zwischen meinem Gehirn und deinem und deshalb haben wir da Telepathie möglich. Das ist ja so ein schönes Bild, weil ich, was ich denke, denkst auch du, weil da verschränkte Quanten sind. Da würde jeder Physiker erstmal den Kopf schütteln, weil diese garantiert nicht mehr in diesem verschränkten Zustand sind. Die fallen sehr schnell, sobald die mit anderen Dingen im Kontakt sind, fallen die aus dieser Wahrscheinlichkeitswolke raus und nehmen konkreten Zustand an. Und das ist genau auch die Schwierigkeit beim Quantencomputing, dass man halt diese Wahrscheinlichkeitszustände hinreichend lange aufrechterhält, um damit rechnen zu können, bevor die dann sozusagen in was Definitives reinputzeln. Ich hatte mal vor vielen Jahren mit einem Physiker zusammen ein Experiment gemacht. Also er hat das entwickelt, wir haben es einfach gefilmt. Und zwar hat er einen Stecker entwickelt, der das Licht regelt. Das heißt, wir haben nur gesagt, er konzentriert uns gedanklich, das Licht soll jetzt anstellen. Und dann hat er mir das gezeigt, wie sich die Kurve von Nuller und Einser immer mehr Richtung Eins entwickelt hat durch das Bewusstsein. Und dann hat das Licht angestellt und das Gleiche wieder mit Abstellen. Aber wir mussten so eine Minute daran denken, bis diese Kurve. Und das fand ich schon spannend, aber es geht doch in diese Richtung, oder? Also ich glaube, dass es solche Phänomene gibt. Da sind wir bei Psychokinese im weitesten Sinne. Der Geist hat eine materielle Wirkung, Fernwirkung, wie auch immer, die nicht physikalisch erklärbar ist. Ich würde aber nicht sagen, dass unser heutiges physikalisches Wissen auch mit der Quantenphysik dafür eine Erklärung anbietet. Weil wenn dem so wäre, wenn das jetzt irgend so ein nicht lokales Quantenphänomen wäre, dann stellt sich gleich die Frage, wie kommt die Verschränkung von deinem Gehirn zu dem Apparat zustande und wie kann es sein, dass die Verschränkung so lange aufrechterhalten bleibt? Ja, und was ist das? Was beeinflusst diesen Stellkranken? Ja, keine Ahnung. Ja, muss ich einfach sagen. Und ich meine, ich habe gerade bei der physikalischen Idealität, muss ich ständig sagen, keine Ahnung, echt null. Es ist echt eine Zumutung. Also da habe ich noch ganz andere Zumutungen. Und bei den heutigen auch alles, was so paranormale Phänomene angeht, auch Remote Viewing, habe ich auch mal eine Zeit lang ausprobiert mit meiner Frau. Das war total spannend. Das ging echt. Also da gibt es so Bücher, die Remote Viewing erklären. Dann kannst du da irgendwie das Ziel. Und wir haben das gemacht. Boah, das ist absolut statistisch signifikant und so weiter. Lies dann aber nach. Da haben wir auch diesen die kleinen Effekt, den Absinkungseffekt, dass Phänomene dann, gerade so geistige Phänomene, irgendwann nicht mehr so stark wirken. Ist auch nicht überraschend. Bei der Liebe, wir haben ja drüber gesprochen, aber auch in die kleinen Effekte. Die Verliebtheit hält anscheinend nicht beliebig lange an, aber auch in Absinkungseffekt bei geistigen Phänomenen ist irgendwie akzeptiert und anerkannt. Ich habe gehört, auch bei Medikamenten gibt es in die kleinen Effekte. Da will die Pharmaindustrie natürlich nichts von hören. Bei der ersten Studie tolles Ergebnis vom Medikament. Gut, wenn die Studie nicht sowieso gefälscht war, muss man dazu sagen. Und später, wenn andere das reproduzieren, auch nicht mehr so starke Ergebnisse. Also auch da haben wir bei Bewusstseinsphänomenen, das ist das andere, wenn es auch um so paranormale Sachen geht, noch obendrein, die sind die kleinen Effekte. Also Reproduzierbarkeit auch echt. Nicht so einfach. Spiel vieles rein, aber da kann ich nur sagen, okay, prima, wir haben die Quantenphysik, aber in meinen Augen ist es nicht so, dass die jetzt, wie es gerne die Esoteriker sagen, die erklärt jetzt alles. Das sehe ich überhaupt nicht. Die öffnet Türen, bestenfalls. Ja, ich weiß. Du siehst auch die Uhr, gell? Ja, ich sehe die Uhr. Ich weiß nicht, vielleicht eins, einen kurzen noch. Weil einfach, welches Weltbild prägt unser Denken? Ich würde sagen, immer noch das. Allein dieser Begriff des rationalen Denkens, das ist ja so hochgehalten bei uns. Rational kommt ja auch an Lateinisch, da geht es um Verhältnisse, viel hilft viel. Wenn jemand unberechenbar ist, finde ich eigentlich was Gutes, weil dann ist er echt Mensch. Dieser Mensch ist unberechenbar, ja super. Das ist auch eher, also da sieht man auch, wie unser Weltbild sozusagen, was als wertvoll gesehen wird, was als nicht wertvoll gesehen wird. Und, ich weiß nicht, wenn wir noch drei Minuten haben, dann kommen wir nochmal, schlagen wir nochmal den Bogen zu unserer Gesellschaft. Quantenphysik wollte ich gerade mal außen vor lassen, haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Das ist so ein Bildchen, wo über sie Ungeheuerlichkeiten, das würde ich auch außen, oder will ich das noch? Das ist sowas, mache ich ganz gern bei Vorträgen. Der ultimative Beweis, dass reine Information unmittelbare körperliche Veränderungen vielleicht sogar auch Wohlbefinden auslösen kann. Jeder mit Ziener sagt, das gibt es doch nicht, wir brauchen Medikament und so weiter. Jetzt kommt es. Manche halten es für ein bisschen gemogelt. Achtung. Hat funktioniert. Funktioniert bei Vorträgen meistens. Das heißt, reine Information hat eine direkte körperliche Veränderung im Körper. Also ist doch faszinierend. Und was da noch ausgeschüttet wird, dann Hormone und Botenstoffe. Und, und, und. Und natürlich ist das jetzt irgendwie gemogelt, kann man darüber nachdenken. Aber im Prinzip, also jetzt die ganze Informationsmedizin, die so belächelt wird, also wenn man Informationen heilen kann, ja natürlich kann ich das, ich kann ja sogar das machen. Ich kann hier über Fernwirkung direkt körperlich, na klar kann ich das bewiesen. Also könnte man jetzt lange darüber diskutieren, hat auch wieder mit Geist-Körper, Bewusstseinsinteraktion zu tun, aber können wir, glaube ich, so stehen lassen. Und das spreche ich mir auch mal noch. Das andere, was dieses rationale Denken angeht, ist, wenn wir jetzt den Bogen noch kurz zur Gesellschaft schlagen wollen, typischerweise, wenn es irgendwie viel hilft, viel, das ist ja das, Wirtschaftswachstum, wir brauchen mehr von dem Gleichen. Also da diese neue Sichtweise auch zu kriegen, naja, Wachstum in der Natur sieht ja anders aus, da wird die Zwiebel, irgendwie die Blumenzwiebel nicht immer größer, sondern da entfaltet sich was, also die Gestalt ändert sich. Und das natürlich auch wieder, weg vom Rationalen, vom Verhältnisdenken, zu einem qualitativen Denken. Also auch da so als kleiner Gedanke. Ein schönes Bild, mega schön. Und was ist wirklich bedeutsam, sagt es ja auch. Und ich meine, weil es gibt ja auch diese Zero-Groß-Initiativen, die sagen, wir wollen kein Wachstum, da würde ich auch widersprechen. Das ist auch noch, das ist noch in diesem Denken. Ich will auch nicht, dass die Wolkenkratzer immer höher werden, aber natürlich will ich Wachstum, in dem Sinne, im Sinne von Entfaltung, Entwicklung oder Bewusstseins. Wachstum heißt ja auch nicht, dass mein Bewusstsein immer größer wird und der Kopf immer größer wird, sondern dass es irgendwie, dass es spüriger wird, dass es feiner wird, dass es ausdifferenziert wird. Also da glaube ich, stecken wir auch total in diesem mechanistischen Viel-Hilf-Viel-Denken. Aber du siehst auch in diesem Bild die Entstehung, meine ganz links Materialismus, du kommst so auf die Welt, du lebst das, plötzlich merkst du, könnte vielleicht doch noch was anderes noch da sein, oder? Und plötzlich orientierst du dich ganz anders und am ganzen Schluss ist eigentlich nur noch eine Seite viel wichtiger, also nur noch bedeutsam und der ganze Materialismus ist nichts. Und wir haben halt auch hier sowas wie Schönheit und Komplexität und dann kann man es hier eigentlich auch noch weiter treiben, das finde ich auch ganz gern. Eine Offenheit, also eine klare, wenn wir jetzt auch evolutionär das sehen, wie entwickeln wir uns? Wir werden, die Haut wird immer dünner, die Sauri hat eine dickere Haut, wir haben immer mehr Sinne, also der Kontakt zu den Mitlebewesen wird ja immer, unsere Fernsehne gehen bis tief ins All hinein. Wir haben also eine ganz klare Entwicklung, die sozusagen nach außen geht, die auf Kooperationen geht, die aber auch auf Verletzlichkeit geht. Und interessanterweise, was wird uns in unserer Gesellschaft da vorgelebt? Wir haben sozusagen, wir bauen uns immer dickere Hüllen um den Menschen rum, indem Monsterautos sich die Menschen erschaffen. Oder noch fieser, Geheimdienste und Co. agieren komplett im Verborgenen, wollen uns aber selber völlig nackt sehen. Also was jetzt Überwachung und so weiter, Datensammeln angeht, da haben wir sozusagen das Lebensprinzip der immer größeren Verletzbarkeit und Sichtbarkeit perfide auf den Kopf gestellt, dass diese Verletzbarkeit dann von völlig dunklen Kräften sozusagen ausgenutzt wird. Also auch da kann man sozusagen gesellschaftlich ein gutes Stück drauf gucken und dann vielleicht ja die Zielgerade einfach, das wäre sozusagen dann das Wunschbild, mit dem wir begonnen. Also, naja, wo soll es hingehen? Also Welt ist viel mehr als Materie, das ist sicherlich der Aufhänger, was, denke ich, auch den Zusehern vermutlich ohnehin klar ist. Das muss aber hier reinfließen. Also natürlich bei einem selber erst mal anfangen, wie gehe ich mit der Welt um? Aber dann hoffentlich spiegelt es sich auch im Kollektiven wieder, dass auch mal ja, die Politik sagt, wir müssen mehr in Bewusstseinsentwicklung investieren oder so, wobei dann wahrscheinlich die Politiker bei sich selbst erst mal anfangen müssen. Was braucht es, was braucht es, um diesen Schritt zu machen? Naja, da ganz einfach wieder bei sich selber anfangen. Also das ist die einzige Lösung. Also die Welt fällt dann noch. Oder noch was 100 Jahre warten, oder? Naja, der Trick ist, also zumindest ich ganz konkret für mich persönlich, jetzt auch gerade in den letzten Jahren, wo im Außenjahr vieles echt eine Zumutung war. Ich sage immer nur, ich lasse mir den Spaß nicht verderben hier auf der Erde. Also ich gucke, dass ich gut vorangehe und dass ich ja letztendlich in der Liebe bleibe und irgendwie auch im guten Kontakt zu mir und meinem menschlichen und sonstigen Umfeld. Das ist ein schönes Zitat. Ich lasse mir den Spaß nicht verderben. Genau. Ja, der die Zeit, auch wenn sie wild scheint, mit sich bringt. Finde ich ganz cool. Aber auch nicht mehr alles glauben, was uns da um die Ohren gehauen wird. Danke ganz herzlich. Professor Dr. Eckhard Kruse war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, wir konnten da ein bisschen aufzeigen, wo im Moment auch die Wissenschaft steht oder was Materialismus eigentlich bedeutet und ja, wohin die Reise eigentlich geht, dass das doch alles viel, viel komplizierter ist, als es uns immer wieder vor die Augen geführt wird. Für mich immer wieder spannend, mich mit solchen Informationen von wissenschaftlicher Seite zu beschäftigen und bin ganz gespannt, was er uns in Teil 3 sagen wird, den wir Ihnen ebenfalls wieder in drei Wochen zur Verfügung stellen dürfen. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020